Hey Leute, ihr wisst ja Pexos und ich zocke heute in der Runde Fortnite unter... ... mit keinem... ... ja... ... aber es ist irgendwie so schlimm... ... äh... ja... ... ich zocke heute einfach Fortnite... ... und... ja... ... hier bin ich am Start... ... und... ja, ich zeig euch wie auch immer das funktioniert... ... ne... ... äh... ich zeig euch heute wie man äh... ... wie man ein Versteck baut... ja... ... wo man eigentlich nicht gesehen werden kann... ... so, ich werd mal nach... ... ja, ich werd mal nach... ... diesem Park gehen... ... das war jetzt nicht mein äh... ... Lieblings... ... äh... aber... ... naja... ... da geh ich ein bisschen immer hin... ... aber das hier geht auch... ... so... ... und jetzt... ... spring ich schon mal ab... ... damit ich ein bisschen... ... Höhe verliebe... ... schon mal... ... was ist das da eigentlich... ... da ist auch ne Kiste... ... die brauch ich aber nicht eben grad... ... so... ... ich werde... ... immer wo ich hingehe... ... ist nie was los... ... ich geh einfach in die Mitte... ... aber das ist eh nicht so... ... da steht einfach auch keine... ... so... ... kein Schilddrang... ... kein Schilddrang... ... ok... ... ich kann das Geräusch... ... eben grad gar nicht zuordnen... ... so... ... ah ok... ... ja... ... er hat nen Link-Raketenwerfer... ... ja... ... nicht so gut... ... wenn man einen hat... ... geht doch... ... so... ... nämlich den Link-Raketenwerfer... ... brauche ich... ... ganz dringend... ... und zwar... ... will ich nämlich versuchen... ... eine Base zu bauen... ... in der man halt nicht gesehen wird... ... so... ... es geht eigentlich ganz einfach... ... man nimmt am besten... ... das stärkste Material... ... das man hat... ... bei mir ist das leider... ... eben grad Holz... ... äh... ... und dann... ... halt auch einfach... ... das Unauffälligste... ... kann man auch einfach... ... auf dem Boden machen... ... das ist aber halt... ... nur falls... ... halt unter dir halt... ... nichts ist... ... und bei mir ist halt... ... eigentlich schon unter mir was... ... aber egal... ... dann einfach G drücken... ... und du siehst alles... ... weil... ... halt... ... du siehst halt alles... ... keine Ahnung... ... das... ... weiß ich nicht... ... und die anderen sehen dich halt... ... so teilweise... ... muss man ja sagen... ... weil... ... die sehen halt... ... dass du hier... ... mitten auf der Strecke... ... so ein Teil gebaut hast... ... das ist schon sehr auffällig... ... ausstellen kannst du einfach... ... ganz einfach so... ... und zu machen... ... wird auch ganz einfach so... ... oh Mist... ... so... ... also... ... eine Art... ... so... ... also... ... was jetzt... ... ganz wichtig für meine Frage war... ... kann man... ... das aufmachen... ... dann... ... ah... ... falsch... ... das Teil... ... zumachen... ... und dann... ... durchschießen... ... da... ... da man... ... das ist so geil... ... ... wo ist der Typ... 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 ... wie mehr Junge... ... jetzt... ... ok... Gut, ich hab ihn Dann will ich jetzt die Nochmal Oh nein Ganzhaft Ach komm doch her, Junge Oh nee Schade Aber ich würd sagen, das war's das vom Video Ich hoffe, es hat euch gefallen Und ich hoffe, ihr benutzt auch diese Taktik mal Es ist zwar eine sehr ärgerliche Kälpertaktik Aber es ist eine Taktik Und ich hoffe, ihr benutzt das mal Ich hab euch geholfen Ciao, bis zum nächsten Mal Lasst ein Abo da Like Ciao